Was denn? Wo warst du eine Katze? Ja. Wie jetzt muss ich das... Muss ich das auch noch mal machen oder was? Ja, dass du da hinkommst. Achso. Boah, was ist das denn? Ich bin ja still, aber du musst doch da hinkommen. Ich dachte, du auch hast, he? Oh mein Quatsch. Tja. Ich weiß auch, er muss nur sterben, oder? Ja. Oh, du, wer ist das für das eigentlich? Nee. Ich sag ja, ich kriege Schluss. Sag ich, nur ein Portal zum eigentlichen Welt. Mensch. Puh. 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 Sorry то, klappe. Ein таб BUTнее mit so einem komischen... Kanonkugel oder so. Alles mit so den Dingern. Aber du darfst auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Kann ich auch nicht. Vor allem die hindern ja dran richtig zu springen, die Viecher hin. Da komm ich jetzt gleich hin. Irgendwo kann sich die Viecher hin. Wasch bei Outfit. Den kannst du ja auch fliegen. Ja, da drin kann es. Wo gibt's denn? Nach unten noch ein Viereck halt. Wie einfach so unten fehlt? Ne, das ganze nur um 5 Sekunden oder wieder mal passiert. Du kannst dich wenigstens noch mal retten, wenn du dich nicht mehr ausweichen kannst. Ob du das jetzt bei Gegner machen kannst, das würde ich nicht mehr. Feuerbein oder sowas kannst du das? Ne, ich glaub nicht. Hast nochmal Memory, hast vielleicht nochmal Glück. Ich denke dann, du hast zur Not noch P-Flügel. Weil du wirklich für ein Leben knapp brauchst. Oh, das fehlt. Hast du zwei nicht mehr? Ja, hast zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der Tomami vorhin. Ach, flog mir schwer. Ach man, fuck. Na, das ist mittelteuer. Boah. Sechs und noch. Wo bin... Ja, das ist das. Ja, das ist das. Wo kommt da so eine Kanonkuh, der immer mit... Ach ne. Mit Beetle. Ich glaub hier war P-Flügel gut. Da musst du natürlich genau exakt springen. Ne, das schaffst du nicht. Fuck, fuck, fuck ey. Das ist ein Riesen. Ich geh jetzt nicht schaffen und P-Flügel. Was tut auch kein Problem. Oh, ich weiß nicht. Hast du auch zu fliegen eigentlich? Ja, ich hab aber hier geplatzen zu fliegen. Das bringt dir glaub ich auch nichts mehr. Ich kann mir jetzt noch ein bisschen... Kontrollieren, ja. Na ja, sicher. Man, man, man ey. Was ist das für ein Scheißel jetzt ey. Muss ich ja nicht. Ich ble... Dann ist ja noch süß. Das muss gehen wollen. Also als Kleinen, das kannst du weisen. Da sind wir. Ja. Du brauchst auch nicht, wenn die Fieger treffen lassen. Ja, ich weiß. Also gleich fliegen am besten. Wollt nicht nur umfiegen, weil... Na, kommt so ein Vieh oben und... Ne, ich glaub nicht ganz umfiegen. Ah, ich würd's trotzdem nicht vorsehen. Ich würd nicht so weit vorsehen. Guck's. Ich hab aber auch geboten unten. Bleib mittig so. Einfach mittig. Dann kannst du das so kontrollieren. Ne, auch nicht. An. Wieso? Ja, dann drück schneller. Dann versuch's einfach oben zu bleiben. Aber ich... Ich hab schiss, dass das so viel kommt und dich trifft. Dann kannst du's auch nicht vorstellen. Höher, ja. Höher, komm. Ja. Komm die glaub ich nicht. Mal ein bisschen was ich jetzt. Ja. Ist so... Ist so... Easy jetzt aber... Wenn du fast gehen... Oh, wirst du... Ich versteh's das immer noch nicht, oder? Die E-Tips sind da, um die zu benutzen. Ja. Das ist doch real. Alter, das muss... Weck! Da durfte ich. Das meinte ich. Das kannst du auch... Runter, runter, runter. Nicht runter! Na. Oha! Boah! Hau, dich das jetzt zu droppen, ne? Huuu. Aufwäh, ne Stand wär gut jetzt. Weim 3 Standgegen. Ja, wie's. Ja, die Peu-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-O noch, ne? Ja, aber normal halt. Echt ja! Ja, super, nicht mehr, aber... Ich hab ja kaum was. Achso, achso, das ist ja was. Ja. Aber trotzdem, ich wollte trotzdem irgendwie die Notenblätter dann nehmen. Weil, das brauchst du eh nicht. Es gibt gleich nur so ein scheiß Vieh. Ich springe gerade auf dem Tor. Das springt da oben. Ach, ich will los. Wo ist der Tonnein? Wir gucken, ob du jetzt auch mal eins geschaffen musst. Ja. Ich will ja wie vorhin. Das ist noch mal das Tonnein. Das mach ich da drüben, mach ich da hin. Nee, schau ich nicht. Wie bist du denn drauf jetzt? Mensch! Jetzt bist du derjenige der nur stirbt. Ich bin ja fast nur klein. Dann nimm was. Ja, was denn? Du kannst, du hast jetzt nur eine Flüge. Die kann ja nicht mehr passieren. Was denn? Flieg jetzt. So. Äh, ich hoffe das... Na, flieg. Ich bin so weit wie du kommst. Sof, jetzt komm mal tief. Ich bin so ein bisschen hoch. Ich bin so ein bisschen hoch. Bei dich, Mann. Lauf! Mann, so pissig! Renn einfach! Renn einfach! Renn! Renn, 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 renn! Ja, das ging jetzt ja nicht. Oh, Mann ey! Das ist ein Scheißig. Ne. Lauf mal an auf. Ne, nimm mal an auf. Nimm noch mal... Ne, der war da... Ich hab... Ne. Lieber so, als... Wenn er mich treff... Treffen du. Hast du ich auch eins geschafft? Mein Gott. Jetzt wär's nämlich scheiß, wenn du Game Over ist. Du hast mich... Diesmal am meisten geschafft. Ich weiß. Äh, was machst du? Wieso? Erst acht. Hä? Das ist Schluss. Ich glaub ich mach erste Zahlen. War noch eins, ja? Acht, neun, natürlich! Wie geht der noch nicht hin, oder? Wiss ich nicht. Boah, jetzt können wir Feuerbele von... Oh, wo auch noch? Das muss ich probieren. Oh, Scheiße. Na komm, wie willst du denn jetzt? Komm mal rein, oder? Na ja, ob noch ein trocken. Maaan! Ich glaub... ,... Guck mal runter... Was menstrust du? Stern! Kriegt mir denn der fuckingen lesen, Alter? Was? Das war knapp. Was? Was? Ja! Haben wir eins geschafft. Ja, mit dem Schlösser habe ich versammelt. Trotzdem. Hey, da komm ich dir auch nicht hin, siehste? Ach so? Jetzt hast du noch mehr, Mami. Und deinen Hammur. Den muss ich machen. Das würdest du dir unbedingt machen, ja? Ja, und dann renne er gleich vor. Das ist am besten. Na ja, das war zu früh. Scheiße. Das soll ich auch machen. Ich bin gleich vorhin. Endlich. Ist er da? Oh, der will auch kommen. Ja. Ja. Das muss ich sehen. Ist er da? Das ist nämlich als nächstes, wenn ich einen Hammurbruder sehe. Das bringt doch nix, Mann. Können wir sich auch noch nicht besiegen. Vielleicht werden sie mal groß. Ich dachte, wir kommen auch hin, deswegen. Habt ihr eure Sterne, Mann? Gibt Pferde. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Mann, du Pferde. Oh. Oh. Ja. Putz du nicht mehr. Ja, er würde putzen sich. Ja, er würde putzen sich. Haben sie auch gesprochen, was? Oh. Oh, da weiß ich jetzt nicht mal, was... Ich weiß, was oben links vor Münzen und rechts irgendwo. Ich glaube, oben links vor Zähne und Zähne. Ich glaube, oben links vor Zähne und Zähne. Ich glaube, oben links vor Zähne und Zähne. Machen wir links oben. Hier? Ja. Mittig, machen wir mitte. Hier? Ganz rechts, machen wir ganz rechts. Ganz rechts rechts. Zähne, ganz links. Ganz, ganz links. Und jetzt über die rechts, nicht über die Zähne. Dort oben, da, genau. Nein, nein. Oh. Blume, also mittig und da unten. Ach so. Ich bin in Welt 9. Ach so. Kann ich vielleicht noch schaffen. Sie nochmal vom... Oh. Nicht schon wieder. Da kommt mir jetzt auch so ne komischen Viech da mit. Mit... Mit Bombe da, weißt du, das Ding. Bomben? Ja, das ist die Kanonkugel und das auch. Bomben, ja. Wie noch, behalte das so lange wie möglich. Kommt gleich. Warte auf, da kommt gleich. Ich hasse so ne Wege. Ich hasse so ne Wege. Ja, ja. Warte. Ja, jetzt kommt er durch. Wie? Ja. Ey. Kann ich bloß nicht gemove gehen, Mann. Boah, dann müssen wir mich halt helfen. Und den du halt schaffen willst. Bist du? Ist doch egal. Ich dachte, ich kann über die Trieger springen. Die Kinder nicht. Nee. Und der Mann? Ich hasse so ne Schiebedingung. Ja. Das Bowling dabei. Musst du, glaub ich, ganz außen. Ja, ich will jetzt. Ich will fliegen. Denn so. Ja. Das ist gut. Das heißt, ich will dich töten. Ja, kannst du doch auch. Lass mich mal hinkommen, ne? Das ist gut. Das heißt, ich will dich töten. Kannst du dich töten? Lass mich mal hinkommen, ne? Lass mich mal hinkommen, ne? Weißte. Was? Nimm doch den scheiß P-Flügel, ey. Aber was? Dann musst du auch die Viecher trotzdem ausweichen. Die verfolgen dir auch da hoch. Mann. Wie du es? Wenn's am Anfang geht's ja, aber... Na, aber sobald die Viecher kommt, hast du dich jetzt oben. Dann ziehst du nicht. Ja. Halt dich so, ja. Halt dich so in die Mitte. Ja, halt dich so in die Mitte. Kannst du auch so, ohne auf dich rauszuspringen, aber... Nein, zu riskierig. Ja, viel zu viel. Weil weit warst du auch nicht mehr, wo ich jetzt war, bis zum Ziel. Alter, was machst du? Oh! Mann, du guckst ja, ey. Du hast dich nicht ganz hoch, sonst ziehst du die Feuerbälle nicht. Ja. Schöner drücken. Na links. Er explodiert ja nach ne Weile. Gut, der hat ihn erfüllt, der tut. So gut. Da hoch, hoch, hoch. Was? Pfff. Ist da wieder da drauf gekommen, Ziel. Hast du auch ein Logo geschaffen? Ja, ne. Mann. So schwer war das Level jetzt nicht. Pfff. Wir retten uns gerade noch zu Level 6, ey. Ja. Aber... Ich muss mich schocken. Weil noch mehr kann ich nicht töten. Ja. 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 Was soll das machen, nein. Ich habe nicht das mit den Schrauben da... Am besten du lässt sich nicht ablenken mit der Musik. Wenn ich das mit dem... mit dem Muttern da... Ich hab jetzt die Filze hin. Das ist nicht so schlimm. Oh... Oh, ey, ey. Das ist ein Bumpen. Jetzt ist doch noch was. Scheiß drauf, geh weiter, Mann. Das ist auch eine Kugelwille hier, ey. Oh! Oh, fuck, ey. Nein! Oh! Ich bin ein Kleinen... Mon... Oh, oh. Ich bin ein Kleinen. So, ja, so was. Ernst, will man gar nicht vielleicht machen, aber... ...mehr nicht. Nein, wir hören das. Was ist denn jetzt hin? Das sind bestimmt die Antenner, oder? Auf der anderen Seite vielleicht noch. Was machst du? Ups! Das ist doch nicht hier, oder? Nee, das ist nicht hier, Alter. Dann kommst du gleich wohl auch raus. Na? Na, da bin ich dran, super. Na, so kannst du auch wenn es nur noch springen, wenn du wirklich noch... Siehst du? Geht doch. Okay, wo ist der jetzt hin? Na! Na, da ist wohl doch ganz hin. Ja, ne Hörer, halt. Das ist ja... Ach, mein Gott. So, jetzt das glaube ich nicht immer machen, oder? Jetzt. Ne, da rinnen. Ich glaube nicht, dass du das nochmal machen musst, wenn du zurück musst. Du kannst sowieso dann gehen hoch... Ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Du bist halt schlecht. Ja. Du willst den Großbleiben, ey. Na, du bist den Buhnbeiden. Ja. Du bist den Großbleiben, ey. Ja, du bist den Buhnbeiden. Du kannst fucking nicht bitte. Du bist den Buhnbeiden zu ebenso extinguishlingen. Telefon. Du bist den Baum colonial zu sein. Du bist bist du wie alt. Du bist die Leute Tonight. Du bist Munich-Nast. Du bist Munster für mich. Du bist nicht der Kommandadunde. Soll ich das eigentlich vorhin probieren? Oh. Wenn du siehst, die schaffst ey. Das ist doch normalerweise nicht mehr passiert. Roy Roy Besicht. Ja. Geht aber nur noch mal in Gang. Hm. Das sind wir. Ja. Schenkt so ein schönes. Ja. 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 Vielen Dank.